Musik Mehr als einen Meter lang sind die doppelt gebogenen Hörner der ostkaukasischen Ture. Ein beeindruckender Kopfschmuck, der seine Wirkung nicht verfehlt. 3.000 Meter über der georgischen Ebene kann nichts und niemand die mächtigen Böcke aus der Ruhe bringen. Aber wenn die Hormone verrückt spielen, gibt es für sie kein Halten. Der Gänsegeier ist jetzt fast der einzige, der das winterliche Hochgebirge mit den Touren teilt. Die Rundhornsteinböcke leben in der Mitte und im Osten des 1300 Kilometer langen Kaukasus, der Europa und Asien trennt. Sie sind Grenzgänger zwischen Georgien, Dagestan und Aserbaidschan. Im georgischen Nationalpark Lago Dechi stehen sie unter besonderem Schutz. Das älteste Schutzgebiet des gesamten Kaukasus liegt an der Südseite des Gebirges, knapp 200 Kilometer entfernt von der Hauptstadt Tiflis und etwa 400 vom Doppelgipfel des Elbrus. Die Orgi Basatze, einer der Wildhüter, kämpft sich schon seit dem frühen Morgen durch den Schnee. Er kommt wegen der Toure. Denn nur im Winter, wenn Böcke und Geissen zusammenstehen, lassen sie sich verlässlich zählen. Doch, ich bin ein Mensch, der Wildhüter war für Böcke. Vielen Dank.